FIRE! Jo Leute, was geht? Willkommen zu Fortnite Season 3 Woche 2. Natürlich pünktlich mit den Herausforderungen. Und fangen wir an. Benutze verschiedene Zip Lines bei Authority. Ja, wir müssen die Seilrutschen benutzen. Acht Stück an der Zahl. Es gibt immer vier Stück in und vier Stück außen. Macht das gerne auch im Gruppenkai-Modus. Bei The Authority ist immer richtig viel los. So. Vielleicht mal eine Waffe. Oh Gott, Scherz ist auch am Start. Boah, hätte besser laufen können. So, dann einfach einmal hier haben wir die erste. Hier hätten wir schon die zweite. So, hier die dritte. Und gleich direkt die vierte. Ja, ich bin einmal in den Gruppenkai-Modus gewechselt. Ist doch doch, um einiges einfacher solche Missionen zu erledigen. Die Leute geiern ja nicht so auf euch, sag ich mal. Hier die fünfte. Die sechste. So, fehlen jetzt noch zwei. Und dann ist diese Mission auch schon fertig. Nummer sieben. Und kommen wir zur letzten. Nummer acht. So. Sofern die ganzen Herausforderungen nachher um 15 Uhr freigeschaltet sind, werden die aktiv sein. Dann könnt ihr einfach hier zu The Authority gehen und die acht Zip-Libes benutzen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch keinen weiteren Fortnite-Content, beziehungsweise keine weiteren Fortnite-Missionen verpassen wollt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und schaut auch gerne bei meinen anderen Missions-Videos vorbei. Vielen Dank. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.